Moin Leute, hier zurück bei Outriders mit der nächsten Mission Jenseits. Finde einen Unterschlupf, wo ihr von dem aufziehenden Sandsturm sicher seid. Eskanau und ich legen wieder los. Viel Spaß um zu gucken, bleibt mich von Pant voraus. Baby ist kaum mehr Bewusstsein. Sie braucht dringend Wasser. Ich weiß, aber wir haben schon jetzt kaum noch Wasser. Muss jetzt. Baby, bist du sicher, dass sie nie wieder laufen kann? Alles andere wäre ein Wunder. Was ist für diesen Viecher hier? Skelette. Alter, was ist er? Bestimmt Mut hat. Oh, jetzt müssen die Erdrappe baut. Jetzt kann das mein Wagen. So. Jetzt sehe ich schon mal, wo du Punte. Naja, natürlich, dass deine Erdrappe da heißt. Das passt natürlich viel stärker. Ich bin so was. Ich bin so was. Ach, ich bin so was. Ich bin so ist voll. Aber. Ich bin so was. Ich bin so was. Ich bin so Jeze. Okay. Was ist denn hier hin? 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 Wenn man raus geht dann, dann kommt man in den Druckwelle. Nein ey. Ich kann mich da nicht mehr holen. Alter, was ist denn hier so stark? Okay. Dann müssen wir halt zurück zu dem Wagen gehen, geht das? Oder ist die Zone dicht? Müssen wir hier hin, hier hin gehen. Bleiben wir jetzt wieder zurück. Okay. Ja. Ja. Ja Wo sagen wir nichts denn? Das ist eine große Fiege, ja? Hm, ich will doch gar nicht aufgehen. Slow? Ja. So weit sind wir überhaupt nicht. Sicher. Dann werden wir über den Wagen fahren. So weit sind wir. Ach komm schon. Ich muss mir mal kurz den Wagen verziehen hier. Also um die Wagen rennen geht eigentlich ganz gut. Und immer durch den Zwischenraum hier. So weit sind wir mit. Das ist ein bisschen doof, was kommt von dem? Okay, schade ich da nicht mit Boyd. Okay. Ich kapier's nicht. Wir kommen dem Signal näher. Es sollte eigentlich nur übertragen werden können, wenn die Effekte der Anomalie abnehmen. Stattdessen ist die Anomalie hier stärker als an allen anderen Orten. Könnte es sein, dass wir uns dem Auge des Sturms nähern? Das könnte sein. Aber so ein plötzlicher Klimawandel von tropisch zu trocken. Nur die Anomalie kann so ein Extrem verursachen. Was ist, wenn sie sogar schlimmer wird? Okay. Grüne Sachen. Ne, doch blau. Ja, das war immer grün wie in ihrem Farbunterlegung oder Witz. Die Höhle sieht gut aus. Da. Hat ne Höhle gefunden. Da sollte auch der Truck reinpassen. Schon unterwegs. Der Sturm wird immer schlimmer. Yippie. So halbwegs. Wir werden wohl ne Weile hier bleiben. Du musst was trinken, du blöde Kur. Hey! Sie wacht auf! Hey! Hey! Wie fühlst du dich? Wie fühlst du dich? Last ein paar Tage weg. Woah, 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 woah. Ich... Ich kann... Ich kann meine Beine nicht spüren. Tut mir leid, Bailey. Warum habt ihr mich nicht getötet? Tadah! Mein Meisterwerk. Dabrowski hat sich schon wieder übertroffen. Was? Was hab ich denn jetzt gemacht? Meine Tochter wollte, dass du lebst. Ich hab keine Ahnung warum. Töte mich... ...oder verpiss dich. Janna! Ist das dort ein Feuer? Ich glaub, wir sind nicht allein. Fahren die anderen. Ich seh mich mal um. Abgeschlossen. Ich finde die Ursprung des Lichts sehr gut. Ich kann nicht weiter oder nicht. Ich kann nur noch was gekriegt, da bin ich. Was haben wir dann da gekriegt? Scheiße. Scheiße. Mal was Höres. Na, kennen die in deren Sachen. Das ist natürlich blöd. Ich hab mal was Höres. Oh, war ich das irgendwas, das ist ein Torschen. Ich glaube nicht. Oh, das ist wieder was. Ja, komm mal weiter. Boss, wie lange bist du weg? Ich kann Hilfe gebrauchen, um den Sand aus dem Getriebe zu kratzen. Ich kann helfen, alter Mann. Ah ja? Und wo ist der Haken? Kein Haken. Bei dir gibt's immer einen Haken. Und dann haust du ohne Grund ab. Ach ja? Jetzt tu doch nicht so, als würdest du mich kennen. Als würde ich dir irgendwas bedeuten. Ach, kleine Janna. Du warst zu jung, und ich war ein Scheißkerl. Bin ich manchmal immer noch. Aber ich mach dir nichts vor. Immerhin hast du was gesagt. Also, was soll ich tun? Du, äh, natürlich, also, pass auf. Zu allererst musst du... Tja, ich weiß, Filter reinlegen, damit der Motor nicht abdäuft, dann Öl ablassen und Fremdkörper entfernen. Mir kommen gleich die Tränen. Was ist so? Teufel. Lohan Gratwick! Äh, wir sind die. Die ist aber kein Kampferreich. Jago, wir werden uns auf den Kampferen verbarrikadiert. Die Höhle. Ich kann so versuchten, und kann so weiter schreißen. Und wir werden uns auf den Kampferen verabschiedet. Oh nee, wir werden uns auf den Kampferen verabschiedet. Das ist ein bisschen spannend Wo kommt der denn her? Ich bin wieder close Boah, ich stehe mit einem Schiff in der Scheiße dran Uiuiuiui Was ist denn hier los? Jakob Das mit dem Licht war ein Hinterhalt Hässliche Kerle Wollten mich weglocken Hörst du mich? Jakob Oh mein Gott Achtung Äh Hahaha Ich werde lieber den Hinterhalt, okay Das ist gut Das war's. Das war's hin. War's hin? War's hin? Was ist denn auch ein Essen? Da nicht. Cool. Bleib im Truck. Ich finde sie. So, das ist die nächste Mission. Ich muss jetzt erstmal eben kurz den Loot checken und dann gleich kurz Pause machen. Das habe ich jetzt hier nicht weitergebracht. Warte mal eben. Das bringt mich weiter. Da ist nichts weiter. Warte. So, das war jetzt die Mission Jenseits. Dank an Escanot zum Helfen oder fürs Helfen. Und dann sehen wir uns gleich wieder bei enge Bande. Und dann bitte durchsuche das Dorf nach deinem Team. Amen. Amen.